Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotraining heute zum Thema Microsoft Office Word 2010 und die Funktion, Texte zu markieren und beispielsweise eben zu verschieben und zu kopieren. Mein Name ist Noah Schumann von psd-tutorials.de. Ich möchte euch also gerne in diesem Training zeigen, wie das in Microsoft Office Word funktioniert. Wir kennen sicherlich alle unsere Dateien oder besser gesagt unsere Textbearbeitungsprogramme und die Funktion, Texte zu markieren, ist im Grunde also in jedem zunächst einmal enthalten. Jetzt kann ich natürlich hier einen beliebigen Text zunächst einmal markieren, kann ihn auch kopieren, wenn ich das mag. Ansonsten über STRG und C, gehe jetzt mal hier hinten ran, mache mein Leerzeichen und drücke STRG und V und habe den Text hier ganz normal eingefügt. Jetzt ist es so, dass sobald ich also eine Texte einfüge, auch im kontextsensitiven Bereich eine Einfügeoption erscheint. Diese Einfügeoption ermöglicht es mir, bestimmte Textformatierungen zu übernehmen oder wegzulassen. Ich habe jetzt einfach im Grunde mal das Textliche hier kopiert. Es liegt ja noch in meiner Zwischenablage und da es hier in dem Feld natürlich im Moment gar keinen weiteren Sinn macht, da irgendetwas zu ändern, werde ich jetzt gerne mal in einem anderen Dokument reingehen, zum Beispiel dieses hier. Das hat eine komplett andere Schriftart zum Beispiel. Gehe jetzt mal hier rein und werde jetzt mal meinen Text hier einfügen über STRG und V. Jetzt sehen wir hier, gibt es also zunächst einmal auch die eingefügte Variante des Textes, kann jetzt hier auf die Optionen gehen und wir sehen auch, dass je nach Dokument zum Beispiel die Optionen recht unterschiedlich ausfallen können. Die Option ist jetzt einfach mal hier, dass ich das Zieldesign verwenden möchte, zum Beispiel ich kann die ursprüngliche Formatierung beibehalten, ich kann auch die Formatierung zusammenfügen, das sind also die Optionen und wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, sieht man also auch schon die Textveränderung, die jetzt hier Einzug hält. Nur den Text übernehmen wird also auch nur der Text übernommen, ohne jegliche weitere Formatierung. Ansonsten wird natürlich die Formatierung hier zusammengefügt, das bedeutet also im Grunde, dass der Text zwar eingefügt wird, aber eben auch gleichzeitig in dem Zielformat entsprechend mit formatiert wird und dann eben auch eingefügt wird in der Stelle, so wie wir es hier benötigen oder brauchen. Dasselbe funktioniert im Übrigen auch mit Tabellen zum Beispiel und wir haben verschiedene Optionen. Und diese Standards zum Einfügen festlegen kann ich jetzt hier zunächst einmal auch aktivieren. Da bin ich in dem Wort Optionen zunächst einmal drin und bei den erweiterten Optionen kann ich natürlich hier die erweiterten Optionen nutzen, um mein Dokument dazu eben anzuweisen oder mein Programm anzuweisen, bestimmte Regeln beim Einfügen von kopierten Texten oder Grafiken einzuhalten. Die Eingabe ersetzt den markierten Text, das ist relativ selbstverständlich. Direkt ein Drop für Text zulassen, das werden wir jetzt auch gleich noch einmal anschauen in dieser Gruppe. Was jetzt hier zum Beispiel mit der automatisch ganze Wörter markieren Funktion gemeint ist, das können wir uns jetzt auch gleich ansehen. Das ist also auch etwas, was mitunter hinderlich ist beim Kopieren von Text, da eben zum Beispiel auch gern einmal diese Leerzeichen mit aufgenommen werden. Automatisch beim Einfügen von Autofarmformen einen neuen Zeichenbereich erstellen. Auch das ist eine Möglichkeit, kann man hier natürlich anklicken. Die Einfügentaste zum Steuern des Überschreibmodus verwenden und der Überschreibmodus kann jetzt hier auch aktiviert werden. Das bedeutet also, ich kann die Einfügetaste dazu verwenden, bestimmte Textzeilen einfach zu überschreiben, die in dem Moment einfach markiert wurden. Und ich habe ja natürlich Formatvorlagen auch für die Formate, die ich jetzt hier eintragen möchte. Ich kann natürlich auch Aufzählungen kopieren und einfügen. Die wichtige Funktion, die befindet sich im Grunde also in dem Feld, das ist also hier der Bereich Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Und möchte ich zum Beispiel innerhalb eines selben Dokuments einen Text kopieren und einfügen, kann ich hier zum Beispiel die ursprüngliche Formatierung beibehalten. Das ist also auch die Standardeinstellung. Ich kann im Grunde zwischen zwei Dokumenten Texte einfügen. Auch hier wird zunächst einmal die ursprüngliche Formatierung beibehalten. Also, das haben wir auch gerade gesehen. Der Text, den ich hier eingefügt habe, stammt aus einem anderen Dokument. Und der war natürlich auch vollkommen anders formatiert. Und ich habe ihn zunächst einmal kopiert und jetzt hier eingefügt. Und der Text schaut auch so aus wie aus dem Originaldokument. Muss aber nicht in jedem Fall so gewünscht sein. Wenn ich also zum Beispiel ein Dokument, das konsistent sein soll, erstellen möchte und füge jetzt Texte ein aus anderen Dokumenten, bin ich wahrscheinlich eher daran interessiert, die Formatierung zunächst einmal zusammenzufügen oder eben auch nur den Text zu übernehmen und formatiert im Grunde also nur mit der Standardformatierung. Welche Formatierung zusammenfügen möchte oder zusammenführen möchte und das standardmäßig, kann ich gleich hier diese Option anwählen. Einfügen zwischen Dokumenten, wenn Formatvorlagen, Definitionen nicht übereinstimmen, muss natürlich auch die Formatvorlage des Ziels zum Beispiel verwendet werden. Die ursprüngliche Formatierung kann beibehalten werden oder die Formatierung wird auch hier wiederum zusammengeführt. Es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten hier in diesen Optionen, die man natürlich auch wiederum aktivieren, deaktivieren, voreinstellen kann. Das ändert also im Grunde auch das Verhalten, wie Texte letzten Endes eingefügt werden. Lassen wir es an der Stelle mal OK. Wenn jetzt also hier zum Beispiel die Formatierung zusammenfügen, dann hat jetzt also diese Textzeile genau dieselbe Formatierung wie der Rest unserer Textzeilen. Kann ich jetzt hier also mal löschen. Für die Demonstration reicht das zunächst einmal aus. Wir sind jetzt hier zum Beispiel noch in unserem ersten Dokument und das, was ich meinte mit dem Markieren der Wörter, ist genau diese Option. Ich kann jetzt hier Wörter markieren und habe im Grunde also oftmals das Problem, dass die Markierung einfach zu weit geht. Wir gehen jetzt mal ein Stück zurück. Jetzt haben wir also den Text schon mal verschoben. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich da mag, die Markierung dazu nutzen, bestimmte Wortgruppen zu verschieben. Ich markiere zunächst einmal den Bereich, den ich gerne verschieben möchte, halte jetzt die linke Maustaste gedrückt und ich sehe im Grunde also jetzt hier schon ein Kopieren und Einfügen Zeichen und kann das jetzt im Grunde also hierher verschieben. Über die Steuerungstaste oder Steuerungfunktion kann ich natürlich auch hier wiederum die ursprüngliche Formatierung wählen, die Formatierung zusammenführen oder eben nur den Text zum Beispiel übernehmen. Das ist eben dieses kontextsensitive Kopieren und Behandeln von Texten sozusagen, die in Office Word seit Version 2007 Einzug gehalten hat. Auch hier wiederum kann ich das natürlich wieder rückgängig machen, indem ich einfach diese Textpassage nehme und wieder zurückschiebe und habe dann im Grunde also hier diesen Text auch wiederum eingefügt. Was ist hier passiert beim Markieren von dem Text? Im Grunde also, ich gehe oder nähere mich dem Wort und schon wird einfach auch zu viel markiert. Das kann sehr lästig sein, wenn ich zum Beispiel vorhabe, hier nur einen bestimmten Bereich zu bearbeiten, zum Beispiel diesen hier, möchte einfach nur ein paar Buchstaben bearbeiten. Da kann es passieren, dass mir im Grunde der Mauszeiger immer die komplette Formatierung hier mit bearbeitet und diese Formatierungsoptionen, wir werden das jetzt einfach mal kopieren, hier einfügen und können jetzt natürlich auch hier nochmal zu den Standardoptionen gehen. Dann haben wir hier im Grunde also bei den Optionen die Möglichkeit, automatisch ganze Wörter markieren. Das kann ich ausstellen. Das ist also, wie gesagt, ein Haken, der kann gesetzt werden, muss aber nicht gesetzt werden. Kommt darauf an, wie das Kopier- und Einfügeverhalten jedes einzelnen letzten Endes ausfällt. Aber, wie gesagt, wenn ich jetzt diese Option gewählt habe, kann ich hier viel leichter betroffene Textstellen einfach wirklich so markieren, so wie ich es brauche. Wie gesagt, die automatische Option, die sorgt oftmals dafür, dass wirklich das gesamte Wort markiert wird und ich brauche teilweise einfach auch mehrere Anläufe, um den Textbereich auszuwählen, der für mich jetzt hier an dieser Stelle zunächst einmal relevant ist. Probieren wir jetzt an der Stelle einfach auch nochmal etwas anders aus. Ich nehme jetzt mal mein Programmfenster, schiebe das mal jetzt hier so ein bisschen beiseite, habe hier hinten noch also mein anderes Dokument und möchte jetzt gerne das Wort beinhaltet. Mal verschieben über die Dokumentengrenzen hinweg und wie man sieht, funktioniert auch das wunderbar. Also auch eine Funktion, zum Beispiel parallel mit zwei Dokumentenfenstern zu arbeiten und Textpassagen per Drag & Drop zu verschieben in andere Dokumente. Wir können auch die Texte natürlich wiederum hier kontrollieren per Kontextmenü. Das ist immer sensitiv, also intelligent sogar und Microsoft Office Word versucht uns im Grunde also auch wirklich immer nur die Funktionen anzubieten, die für unseren Text hier relevant sind. Texte hier ganz normal kann ich formatieren, kann das hier zum Beispiel Fett schreiben, Kursiv, Unterstrichen, wenn ich da mag. Ich kann also die Ausrichtung ändern, Textfarbe unterstreichen, zum Beispiel auch den Hintergrund und ich kann zum Beispiel auch ein bestimmtes Format, das ich habe, übernehmen. Ich übernehme jetzt einfach mal das Format, übertragen, ich werde das jetzt einfach übernehmen und zum Beispiel hier in diesem Moment übertragen, indem ich also den nächsten Text markiere und kann damit also Textformate, die ich einmal angelegt habe, komplett auf bestimmte Textzeilen übertragen, indem ich hier also wirklich, wie gesagt, diese Formatierungsmöglichkeit oder die Formatübertragen-Funktion zunächst einmal aktiviere. Das sind also auch diese typischen, ja aus Microsoft Office Word heraus zugänglichen Menübefehle und Kontextmenübefehle, die als Funktionsumfang natürlich die Bearbeitung von umfangreichen Texten deutlich erleichtern, gerade auch wenn man natürlich viele Textpassagen kopiert und einfügen muss, hat man immer die direkte Kontrolle an der Textpassage, muss also auch nicht an der Stelle direkt über das Menü gehen, zwangsweise, sondern kann sich darauf verlassen, dass hier die meisten Optionen wirklich genannt sind. Über die zusätzlichen Aktionen, auch das ist eine Möglichkeit, kann ich natürlich über die Optionen auch noch weitere Autokorrektur-Optionen mit hinzufügen. Ich kann zum Beispiel auch das Datum mit festlegen lassen, ich kann Orte mit einfügen lassen, Personennamen, Telefonnummern und Uhrzeit, wenn ich das so mag, okay und kann das mit hinzufügen und habe dann also auch die Möglichkeit, hier die zusätzlichen Optionen mit aufzunehmen für die Autokorrektur. Und die Autokorrektur, die arbeitet ja autark, das heißt, ich kann diese jetzt direkt hier aufrufen, kann also hier auch alternative Wörter mir aussuchen, zum Beispiel Überblick, kann ja auch markiert sein und mir ein alternatives Wort anzeigen lassen, zum Beispiel über das Nachschlagen, Synonyme, kann ich natürlich auch hier als Synonym natürlich auch ein anderes Synonym auswählen, das heißt also durchaus ein anderes Wort, ein alternatives und kann natürlich eben damit meine Texte letzten Endes individuell verwalten und das innerhalb meines sichtbaren Arbeitsfensters hier. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, hier über die Ansicht, gehe ich noch einmal auf mein Dokumentenfenster zurück, Texte per Drag & Drop einfach zu verschieben und genauso einfach ist es eben auch, Formate zu übertragen oder eben das Zielformat letzten Endes anzupassen und das auf sehr, sehr einfache Art und Weise. Das sind also diese Grundlagen, die sollte jeder im Grunde zunächst einmal beherrschen, bevor er also dann wirklich umfangreiche Texte in Word erstellt. Es hilft immer, also zunächst einmal ein leeres Dokument anzulegen und einfach mal einen blinden Text drauf loszuschreiben, um diese Funktionen kennenzulernen und hat man diese dann im Grunde also soweit verinnerlicht, dass es also problemlos funktioniert, kann man sich an die Erstellung von umfangreichen Dokumenten schon heranwagen.